Der nächste Part beginnt. Ich wollte gerade schon sagen, welcher Part es ist, aber ich habe vergessen, welcher Part. Mann ey, ich fehl' aber auch jetzt in jeder Aufnahme. Na gut, willkommen. Aua, das war 3 wieder am Start. Ja, Rico hat das schon angedeutet. Zeit für ein bisschen Action. Oh, ich war so schick von dem Trümmerzweiler, der gestorben bin. Please, please. Na gut, so. Man muss sagen, es ist schwerer gegen die schwarze Hand, beziehungsweise auch gegen ihn zu kämpfen, als gegen Giravello. Weil erstens, die haben Drohnen. Also DRM von Giravello, ne? Wer die Story des Spiels kennt, weiß Bescheid. Aber weil die haben Drohnen hier, ich liebe es ablassen. Dann haben sie nur schwere Truppen. Jagen wir was in die Luft. So. Ob ich immer halt ein bisschen hab. Jawoll. Aua. Aufhörer Einsicht. Warnung, aufhörer benutzt ein Haken-System. Lass mich doch ein Haken-System, Knott. Wenn getroffen. Lass mich doch dich treffen. Objekt zerstört. So, ich bin freiwillig gefangen. Nein. Guten Tag. Ich bin schon ein Arschig, oder? Wir brauchen Waffen! Eine Waffe! Schnell! Ah, hier. Ich geb euch Waffen, was denn da? So, wie kommt von hinten? Ich... Ah! Jetzt kannst du Waffen nehmen. Geht doch. Na gut. Der Arscher hat ein falsches Waffen-Domentier versorgt. Ah! So Zack Bisschen Mund schnappen Easy Oh, das Aufwegler befreien Guten Tag Ich mach das heki heki So Numero 1 Jetzt kommt Numero 2 Nicht schießt, nicht schießt, nicht schießt Aua Ey, ich hatte ja keiner da drinnen losgekommen Ah, warte Ich muss in Sicherheit bleiben Komm wieder Ich muss in Sicherheit bleiben Z-Person identifiziert So Z-Person identifiziert Ah Und Tod Oh man, ich liebe Rico Ganz ehrlich, ich liebe Rico Wer auch Alle Aufrücker liquidieren Welch der betritt das Schlaffeld Ganz ehrlich Oh, wer hat sich freigemacht? Achso, ich hab zwei losgelassen Ah 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 Warte ich aber, wenn ihr auch meiner Meinung nach Meiner Meinung nach Meiner Meinung nach seid, dass einfach Rico Ach, geil ist Komm, sowas mache ich wahrscheinlich nicht, aber kommt Hashtag Rico ist geil Wie fett kann ein Äh, eins muss man sagen Äh So kann man auch erkennen Welche Leute Halt bis zum Ende gucken Welche nicht Okay Einige gucken einfach in den Kommentaren und lesen das Wollte ich meine das auch, ne? Ja Da merkt man, wer sich das Video nur so eine Wie Sekunde ansieht, also sofort wegklickt Und wer sich auch bis zum Ende ansieht Ich weiß nicht, wenn du ein Video gucken willst, dann guckst du aufs Ende Guck dich nur zwei Minuten und dann gehe Na ja Jeder wäre will So Das hab ich auch schon Aha Gefangene Befreien Befreien Krass, das hab ich auch Der Aufführer hat ein Fallschirm Ja, toll dass ich ein Fallschirm habe Warum habt ihr kein Bessere Frage So, wo ist denn jetzt das Waffenarsenal Der Aufführer Der Aufführer Der Aufführer Wo ist das? Also einfach in die Richtung Oh! Ist das ein Tier? Ne, ein Gefangene Kommt auf der Ebene aus Wo ist das denn her? Ah, hier Bahn ins Gericht Bahn ins Gericht Volltreffer Vernichte die Aufständischen Sofort Ok, oh, jetzt muss ich ja sich Vorteil machen Komm schon Dann bleib ich wieder beim Aufbiegler So, kommt doch, ne? Kommt doch, ne? Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Hat er sich grad selber gelobt? Ich bin bereit Dämlich viele Leute von der DRM Loben sich selber So So Guten Tag, Rico Rodriguez Insekten Ähh Ich bin hier Ich bin hier um den Abschaum zu reinigen Der hatte keine Chance Er hatte keine Chance Ich kann nicht kommen Eine Frage, warum hallo ich Dass ich euch irgendwo mit einer Wings erhebe? Ich hab schon Gelernt Epic Zeig! Ach man ey, jetzt komme ich nicht so hoch Achtung! Luftunterstützung ist unterwegs! Ich bin hier! Aua Aua Kennt ihr beiden euch? Ich habe meine Sicht! Kennt ihr beiden euch? Ich bin getroffen! Da war irgendwie gut Mann, wie selbstironisch, aber auf Luca, äh, Luca, äh, Rico ist Das passiert, wenn man zu viel auf den Chat achtet Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs Schon Zielperson ist verletzt zu viel Ich bin getroffen Oh, soll ich doch schaffen, first try, oder? Was? Was rein? Jawoll Easy Easy Bam, 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 bam So? Was? Was? Gut, sammeln Sie die Gefangenen. Ich stoße zu ihnen, wenn wir bereit für den Angriff sind. Übrigens, woher haben Sie eigentlich Funkgeräte? Von den Toten, die Sie überall hinterlassen haben. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Ich will jetzt sofort einen Lagerbericht. Ja, gut. Als nächste Mission werde ich jetzt neu starten. Der Part geht schon 15 Minuten, meine ich. Es lohnt sich jetzt nicht, noch eine neue Mission anzufangen. Na gut. Dann können wir ein bisschen Spaß haben. Komm, wir machen mal eine der Challenges, oder? Ist das eine Challenge irgendwo? Ah, hier gibt es eine Challenge. Komm, die können wir mal machen. Dann haben wir ein Bavarium Schild auf dem Max. Und das wird geil. Das wird definitiv geil. Darauf freue ich mich schon. Puh, es ist wirklich heute sehr warm. Wie ist denn bei euch? Auch die im Chat können wir es mal sagen. Ist bei euch heute warm? Kalt? Wenn ich es richtig warm schwitze, mir gerade alles ab. So, machen wir mal die Challenge. Oh, ja. Mech, Kampf Simulator initialisiert. E-Simulator. Nix Simulator. Echt? Guss. Echt. Dort gibt es ein Bus-an-kommt. Guss. Runde 1, kämpft. Kämpft. Recht. Echt. Ich gehe nicht zu long range Na gut Oh, weg, weg Weg, fahr doch, fahr doch Ok, jetzt ist es gut Ok, fahrzeug, 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 fahrzeug Und Und BAM, weg mit ihm Oh Oh Hit Fahrzeug, fahrzeug Da Nein, nicht zu weit fahren Zack Zack, so, die erste Welle ist jetzt fertig Ich weiß nicht, wo die hier alle gut sind Und die Punkte geben Alter, so ein bisschen Kran einfach auseinandernehmen kann Schade, den nicht Oh, den nicht Komm, sorry, ich BAM, BAM ins Gesicht Komm, ich versuch die mal damit zu schlagen Oh, nee, sorry Na gut Na gut Schade Das wäre aber auch zu geil, wenn ich sie damit schlagen könnte So Zack Easy 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 Welle gemeistert BAM, 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 BAM ins Gesicht Mann, warum können wir die nicht hochnehmen Hä? Ich bin gar zerstört So Kommt doch Hä? Muss ich schicken Panzer No probleme Das wäre kein Problem, ich kann sie aber mit dem Max aufheben Ich zerstört ihr guckt Ich nehme ... einen Panzer und wettgeleide weg BAM weggesleidert es hat überlebt ihr wollt schon sagen jetzt nehmen und na gut den hab ich auch diese schießübung die man machen kann das diskus abschießen oder so kann man nimmt ja so etwas wird er so genommen in die luft geschmissen und dann muss man so treffen in der waffe so gut ich kann merken auch null problemer das ist auch null problemer ich habe einen krasseren ich habe ein macbook so das war auch easy das war richtig easy jetzt einfach wegschmeißen achja das ist doch toll oder ganz ehrlich fühlt sich wirklich dann als hätten wir die Macht na zum Beispiel in Star Wars The Force Unleashed ist zwar nicht mehr Kardon das sollten aber die meisten kennen äh konnten wir halt auch so etwas machen die Leute wegschleudern die mit der Macht anheben oh Vorsicht der einschlagsschwerer Trümmer könnte ihren Mac beschädigen so oh mein Mac so gut wie Tuch Mac benötigt dringende Reparatur naja und wie repariert man Mac deswegen bin ich für ein Bavariumbeschild na gut aber mit Bavariumbeschild habe ich schon längst freigeschert so easy ich hab mir ne neue Welle gib mir ne neue Welle welche Welle gibt's denn überhaupt noch aber ich dachte die Challenge geht schnell ach du hast die score900 na gut mein Mac ist eh gleich kaputt ich hingewehr, Helikopter, Panzer ok ok es gibt dann noch drei Wellen sobald ich es richtig richtig gelesen habe so die E-Mails sind easy, die kann man als Backs leiten die E-Mail ist stark beschädigt, wir raten zu äußerster Vorsicht aussteigen, oh oh das kann aber nicht aussteigen die möchte ich noch haben, die möchte ich noch haben ja komm egal, ich habe meine Arbeit gut getan zack, und ein Trophäe bekommen so, drei Zahnräder, was habe ich da für ein Bewakelungsschild? schön Zorn des Erschreckens bedeutet, kann ich mir mal gleich ansehen ein Zahnrabs fehlt mir bis dahin nicht gut ne, Ladezeit please na gut, komm Ladez schneller ich werde es noch zeigen bevor wir jetzt noch Überlänge haben aber es hat vor zwei Tagen eine halbe Stunde Part rausgebracht und sagt dann Überlänge so, wir gucken mal nach erst mal ein bisschen diese Matros rüsten so, die rüsten wir aus ok ok was ist das jetzt? ah, kann weiter entfernte Objekte packen ok, das schön und mehr Schaden das werden wir uns auch bald ansehen sozusagen halt und machen oh, gibt warte, drei Challenges gibt es? oder wie viel gibt es denn? also ich habe jetzt drei Chall- ne, zwei Challenges ja, hier habe ich drei und da habe ich drei da muss doch ne, keine obwohl wenn man eine vier und eine fünf hat dann ach, keine Ahnung das werden wir ein anderes Mal sehen aber nicht mehr in diesem Part deswegen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit für das Ansehen für was auch immer im nächsten Part machen wir weiter mit der Mission ich weiß nicht wie lange das DLC noch geht ich euch nicht sagen wenn ja dann machen wir im dritten DLC definitiv noch weiter aber ja das war's dann bis jetzt vielen Dank fürs Zusehen ich bin raus und tschüss